Ich blieb, dass die Heilige Kondel und mit uns kein Mark kaufieren. Wer spürt mit, ist wer kein Mark mehr. Uns Postkapelle hat sehr dafür sorgt, dass die Türen dankbar ist. Besten Dank an uns Postkapelle. Wir haben bisher ja auch Team 500 Jubiläum, 500 Jahre Jubiläum, aber wir haben gefühlt, wünsche Jubiläum. Nun, da will ich ein bisschen vertellen von da auch. Wir haben nicht 100 Jahre geflattet, sondern da hat das Heimatspiel. Da füllen auch Druck an Marktaum. Den da spülen sie von ersten Mauen in der Martin-Luther-Hus in Altstadt. Da sind sie auch anfangen in Altstadt. Da gibt es ein Team in Marktaum, da gibt es die auch durch. Da erste Mauen haben sie noch hochgelöst und spült, weil nur glatt, seit der Kölbeer. Den da greifen und rollen, hofft sie mit düster Wunden, was immer der Bock ist. Wenn die Meer reden will, sagt man damals was, in uns Heimatmuseum, dann noch im November die U-Stellen 100 Jahre Heimatspiel in der Meer. Den da ist seit 60 Jahren hier, seit Koglu die Stadt ist in der Vermesserkette schon gelämmt. Und da muss der Koglu all was für uns Stadt Oberheft hat. Nicht nur sagen, was kann ich für mich daunen, was kann ich für die Stadt daunen. Ich glaube, das ist das Wichtige.